Der Wald, freue dich, ich will es dir kommen. Ja, jetzt haben Sie uns gehört. Ja, einen wunderschönen guten Abend in der Ravensbranche. Die Elf, ganz genau. Das elfte Türchen machen wir heute auf. Bevor wir aber das elfte Türchen aufmachen, gibt es natürlich zunächst wieder aus dem Predler-Schaufenster die. Ich bin aus dem Predler-Schaufenster die Päste. Das ist nicht so cool. Ich bin aus dem Predler-Schaufenster der Bühne. Das ist es ein Edel-Schουν셨. Ich habe das in der Erde. Es ist das in der Erde. Ich bin aus dem Predler-Schaufen. Das ist mit dem Schwert, was die geschickt hat. Das ist mit dem Schwert, was die geschickt hat. Das ist mit dem Schwert, was die geschickt hat. Das ist mit dem Schwert, was die geschickt hat. Das ist mit dem Schwert, Raffensburg. Das ist mit dem Schwert, was die geschickt hat.